Hallihallo und ein Hallöchen gibt es auch noch zu dieser neuen Dattelzeit mit Stardew Valley und es bleibt einfach ein gutes Wetter daran wird sich vermutlich so schnell nichts ändern aber wir haben hier eine Nachricht Lieber wertvoller Kunde danke dass du Piers besucht hast in unserem Cashback Reward Program also quasi Payback System habe ich hier deinen Rabatt wir sehen uns bald Pierre PS entschuldige für die Standardnachricht Bade genieß es beziehungsweise freue ich dran also hat er noch so neben der Standardnachricht hat er mir sogar noch mal bisschen was zusätzlich geschickt da hat man doch das Gefühl wertgeschätzt zu werden ach ich würde euch ja auch gerne wertschätzen und alle persönlich anreden aber ich weiß ja nicht wäre noch alles diese Folgen gucken wert und daher ist mir das leider nicht so vergönnt weil wenn ich jetzt nur ein paar erwähne die aktiv gerne schauen dann fühlen sich andere dann ja auch wieder vernachlässigt das ist ja das geht ja nicht ne also lieber XYZ fühle dich jetzt mal einfach persönlich von mir angesprochen fühle dich von mir nackenmassiert und äh ne ne das was das weitere wäre jetzt ein bisschen unruhenfrei das wollen wir ja mal nicht so hier müssen wir auch noch ran und dann haben wir es so ziemlich hinter uns und ich habe gar nicht den Fortune Teller angeguckt aber mit Tellern habe ich sie auch nicht so so was könnte ich noch gebrauchen ja ich hoffe einfach mal dass nichts reift wenn ich äh also fertig wird wenn der Laden zu hat zumindest Pflanzen die ich nicht eben mal mehrfach ernten kann und wenn doch mein Zeitplan ist er sowieso nicht existent eigentlich ich habe die Pflanzen nicht danach angepflanzt wie ich jetzt mit anderen Pflanzen im Wechsel den kompletten Sommer auf einem Beet ausfüllen kann hätte ich noch machen können aber das wäre mir irgendwie zu viel der Planung gewesen dafür bin ich zu wenig der Planungstyp ich habe mir aufgeschrieben welche Geburtstage sind und da hat auch der Gast heute Geburtstag und das soll reichen ja soll sowieso reichen weil in die Mine gehe ich dann lieber doch nicht nicht mit der Energie da kann ich mir schöneres vorstellen so haben wir hier noch irgendwie nee leider nicht schade Gas mag nämlich Diamanten da hat er sich richtig drüber gefreut jetzt müssen wir so ein bisschen nach zweiter Wahl gucken und ich glaube das waren hier die Sweet Peas die äh nicht ganz so gern mag aber herrje auch der Gast kann nicht alles haben so nett auch ist aber irgendwo ist auch mal gut ja das nehme ich doch mal mit hier gibt es hier richtig dicke Ernte Warte mal Grape Spiceberry was brauche ich denn überhaupt alles Crafts Room Fall Foraging Bitte was Das Ah ne Haha ich will ja nicht vor ich will Sommernacht gucken Hab mich schon gewundert Ja Die Grape die kann ich ja mal reinpacken Und dann haben wir alles Das ist ja mal Aus Wunderherz liegste angenehm Schnuppern wir doch gleich mal vor Ort vorbei Dann haben wir auch das schon mal erledigt Farmer Naja nicht Farmerherz Sammlerherz was willst du mehr Einmal mit der Keule den Viechern was über den Latz hauen Könnte ich ja auch mal machen Fair was anderes Aber erst mal Gucken wir doch mal Ähm Ne das sind die Crops Die Nutzpflanzen Kabooms Sommer Ja Bundle Komplett So muss das So und nicht anders Ja ich gönne noch ganz viel andere Dinge aber Man hat ja nicht ewig Zeit Äh Aber ich könnte mal Ne 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 Einen Stall bauen will ich eigentlich nicht Nicht während ich noch Ähm Jede einzelne Pflanze Begießen muss Da lohnt sich das irgendwie noch nicht Aber ich kann ja schon mal hier Gucken was ich so interessantes an Dingen finde Und vielleicht auch mal ein klein Ach Hier haben wir die Bahnstation Da kann man sicherlich was machen Und ich bin auch der Meinung ich habe mal Einen Hinweis bekommen bei der Ähm Ersten Staffel was es mit den Zügen auf sich hat Ich habe es nur irgendwie Vergessen Wenn ich einen Hinweis bekommen habe Wenn ja tut mir leid Dann wird sicherlich der Christian gewesen sein der mir wieder Einen Hinweis gegeben hat Aber ich habe es absolut nicht auf dem Plan was es mit den Zügen auf sich hat Kann ich beim besten Willen echt nicht sagen Aber ich kann baden theoretisch Nur habe ich das nicht nötig Soll einen ja irgendwie Energie geben können Die Abby Mein Haustier Meerschweinchen David Äh Hast einfach dieses heiße Wetter Hieß Fuzzy Ähm Er ist ganz äh Malle Keine Ahnung Oder ist es weil der flauschig ist und der zu viel schwitzt Das kann natürlich auch sein Ja ich wollte ja auf jeden Fall nochmal bevor ich hier zu Gast gehe Ähm Gucken was hier in der Ah Tatsache Ist alles schon fertig Warum habe ich nicht schon eher geerntet Ich würde ja mal mein Popo darauf verwenden Das schon Jetzt wo ich diese Folge aufnehme Schon unter irgendeiner anderen Folge Kommentar ist Hey du Idiot von Spieler da Ähm Wieso hast du noch nicht nach deinen Pilzen geguckt? In diesem Sinne würde ich nur sagen Sorry Ich bin und Na ich bin nicht unschuldig Ich bin schuldig Gebe ich ja zu Es ist mir einfach so passiert So Haben wir hier wieder die Kutsche Oder haben wir die Kutsche nicht? Da haben sie nicht Weh mir oh weh Oh Aber ich kann gleich trotzdem mal beim Strand vorbeischauen Vielleicht finde ich wenn ich schon nichts zu angeln schaffe Aber vielleicht schaffe ich zumindest ein paar Muscheln, Korallen, Riffe, keine Ahnung Irgendwas schönes zu finden Aber erstmal zum Schmied bevor es zu spät ist Denn der Gast der hat lange offen Da kann ich noch ähm Am St. Nimmerlandstag kommen Und der hat noch offen Aber der Schmied ich weiß nicht wie lange der geöffnet hat Die Hayley Ey Ihr flirtet doch wohl nicht rum Ich komme gleich vorbei Da kenne ich keinen Humor So Aber ich möchte Gionen hier mal Entkernen Wieder irgendwas für Gunther Irgendwas für mich Irgendwas für Gunther oder? Petrified Slime Ja Schleim in der Petrischale Oder irgendwie sowas Noch was für Gunther Ähm Kalzit Habe ich doch gesagt Habe ich sofort erkannt Bade habe ich erkannt Das ist doch Kalzit Sandstein Oh ja Sandstein das kenne ich doch von Minecraft Aus meinen Jugendtagen Und noch was was der Gunther gerne hätte Und ich bin ja mal ein ganz lieber Ich gönne es ihm dann auch Äh ne Kupfer habe ich nicht dabei Sonst könnte ich vielleicht noch irgendwie Spitzhacke Wenn ich die eh im Moment nicht verwende Aber gut Gehen wir mal hier Was Donatieren Zum Beispiel den Schleim Oder den Slate Oder den hier Oder den Gehen Ähm Und das war's schon So schnell geht das Gut dann kann ich ja mal bei Gas vorbeischneiden Der wird sich doch sicherlich über ein Geburtstagsgeschenk freuen Wenn nicht gibt's haue Und der Bürgermeister da selbst Wie schön So Gas Gib Gas Sweet Pea magst du doch Ein Geburtstagsgeschenk Das ist sehr lieb von dir Ich liebe es Ach ja jetzt bin ich auch mit ihm hier so richtig tight Auch wenn es nur die zweite Wahl ist An Geburtstagsgeschenk Aber da kann ich auch nichts für Es hat sich einfach so ergeben Eine Mumpfel Oh und hier kann ich nochmal ein bisschen buddeln Glassplitter Die darf ich dann auch wieder bei Gunther abgeben Habe ich vorher hier gewesen Na gut kann man ja vorher nicht unbedingt wissen Ich habe noch einen ganzen Platz frei Super Da kann ich ja auch so viel mitnehmen Nee da muss ich erstmal Daheim irgendwas los werden Und dann Mal sehen kann ich eigentlich auch nur noch ein bisschen Holz fällen Oder ich gehe An den Fluss zum Angeln Das ist dann etwas näher Oder ich guck mal was es mit dem Zug auf sich hat Verdammte Scheiße ich bin neugierig Ich möchte wissen was der Zug mir bringt Ein Buch Wollte ich schon immer mal haben Du hast ein verlorenes Buch gefunden Harry Potter und der Verschollene Achte Band Harry Potter und der Verschollene Achte Band Wobei Es gibt ja jetzt die Fortführung aber Ob das so Tolle ist weiß ich nicht Ich habe es nicht gekauft also die Fortsetzung Aber der Film der neue mit dem magischen Tierwesen der ist Knorkel Chuchu Chuchu Äh Washi Dingsbums Who am I Chuchu City Bruisers Ach da fallen Dinge runter Wenn man Glück hat Oh ja da kann man das mal wegwerfen und kriegt die Geode Ah man muss also nebenher laufen und dann fallen Dinge runter Interessant Na dann Joa Jetzt hat sich das Rätsel dann auch gelöst Ich weiß jetzt was ich mit der Chuchu anfangen kann Ist ja auch mal was wert Warte mal war das hier rum oder ne Da muss ich wieder hier runter Ah nee hier komme ich zu meiner Farm Ja Aber ich glaube für Angeln reicht die Zeit dann eher nicht Da werde ich eher sehen was ich auf meinem Farm Gelände noch an Holz hacken kann Scheint für mich die sinnvollere Variante Und hier habe ich ja schon mal so ein Bäumchen Da kann ich einen Tepper anbringen eigentlich Kann ich den schon craften Nö Dafür muss ich erstmal was in die Hand nehmen Vielleicht baue ich da schon mal den ersten Tepper dran Einfach nur damit wir es hinter uns haben Und schon ein wenig Sirup erwarten können in Zukunft Klingt für mich zumindest nach keiner so doofen Idee Klingt für mich zumindest nach keiner so doofen Idee Äh Was haben wir noch? Kohle haben wir Dann haben wir noch das und das und jenes welches äh Das und das und das und Äh ne Was packe ich die da rein? Das ist doch Humbug Äh Der Sandstein kann ich erstmal da reinpacken Ähm Das kann ich wegpacken Und die normalen Pilze verkaufe ich einfach mal So Ne ich wollte ja noch was Ich wollte noch was bauen Ja ja ich habe auch so eine Aufmerksamkeitsspanne von jetzt bis Schmetterling Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen Schande auf mein Haupt Und ich befürchte mal dass ich das noch sehr sehr oft sagen werde Aber manche Dinge kann man ja nicht oft genug sagen Also Schande auf mein Haupt Schande auf mein Haupt Schande auf mein Haupt Halte mich für bescheuert Schande auf mein Haupt So Habe ich denn hier irgendwo noch einen Baum den ich fällen kann Ja Da habe ich Bäume Ja Einer geht noch ein Einzelner hier der ist noch möglich Und vielleicht sogar noch der da hinten Oh ja jetzt bin ich hier richtig rebellisch Den nehme ich auch noch mit Gott bin ich frech Ich bin ja so ein richtig gesetzloser was ich alles noch mache Uiuiuiuiuiuiuiui Ich weiß noch nicht ob ich noch zur Truhe renne Oder ob das lieber flott ins Bett geht Ah kann ja noch so gerade für die Truhe reichen Ja geht noch, geht noch, geht noch, geht noch so ja da kann ich auch noch ein bisschen selbst das ist gut das brauche ich so kann ich doch zufrieden ins bett schlummern gehen was haben wir denn hier die fünf gewöhnlichen pilze gebracht mir 200 die regenbogenmuschel wie immer richtig ertragreich mit 300 aber auch hier die see urchin das ist auch richtig gut und ja der rest kann man vernachlässigen muss man aber nicht fast 1000 geld scheiße warum habe ich das vor wann habe ich das denn reingeworfen scheiße bin ich doof ich bin schon gespannt den kommentar zu lesen wo der erst bemerkt hat der packten fossil da rein ist er bescheuert ja ich bin bescheuert aber es brachte zumindest geld was will man mehr also gut ich beuge mich den bösen kommentaren aber haltet mir zugute dass ich zumindest an dem gast seinen geburtstag gedacht habe zumindest eine sache die ich erfüllt habe kann man ja nicht meckern oder also dann ciao ciao ihr lieben und bis zum nächsten mal